Die Raumfahrt-News im Überblick. Erste Bilder von SpaceX Megastar Sandwich. Europäische Vega 10 nach Fehlstart mit Anomalie bei Test. ULA hat Oberstufenfehler gefunden. Indien kurz vor historischer Mondmission wird jetzt auch von der NASA auf die ISS eingeladen. ESA Technologiedemonstrator Temes zur Wiederlandung macht Fortschritte. Spanisches Startup PLD kann wegen Waldbrandgefahr nicht starten. Und das nächste Starship 25 absolviert Meilensteinen für die Marspläne von SpaceX. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute in den YouTube Raumfahrt-News. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Dienstag ist von Vostochny eine russische Soyuz-Rakete gestartet. Am Donnerstag ist das suborbitale Spaceship 2 das zweite Mal mit Menschen und das erste Mal zu einem kommerziellen Flug aufgebrochen. Der Flug wurde von der italienischen Luftwaffe bezahlt und hatte unter anderem drei italienische Staatsbürger an Bord. Mit 85 Kilometern Höhe wurde die offizielle Grenze zum Weltraum aber nicht überschritten. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der Falcon 9 Start mit Euclid bereits erfolgt sein. Hoffentlich mit einem Livestream von mir. Euclid ist ein etwa zwei Tonnen schweres Weltraumteleskop der ESA, das wie James Webb am Lagrange Point 2 operieren soll. Mit seinem 1,2 Meter Spiegel soll das 1,4 Milliarden Euro teure Teleskop das Universum in der sichtbaren und nahe Infraroten Wellenlänge untersuchen. Ich hatte darüber berichtet, dass die Falcon von ULA mit dem statischen Feuertest einen wichtigen Meilenstein vor ihrem Erstflug absolviert hat. Mittlerweile ist auch bekannt, was für den Oberstufenzwischenfall mit Wasserstoff-Explosionen am 29. März verantwortlich war. Wie Eric Berger von Ars Technica berichtet, wurde nach einer fast dreimonatigen Untersuchung festgestellt, dass es an der Oberseite des Wasserstofftanks in der Centaur 5 Oberstufe zu einem Leck gekommen war. Hier ist die Spezialstahltankkülle stellenweise nur etwa einen halben Millimeter dick. An dieser Tankoberseite müssten nun kleinere Nacharbeiten durchgeführt werden. Aus diesem Grund wurde die Oberstufe von der Falcon genommen und für den Transport zurück in die Fabrik vorbereitet. Damit wird der Erststart der Falcon frühestens im vierten Quartal diesen Jahres stattfinden. Er war ursprünglich mal für 2019 geplant. Die Ariane 5 steht vor ihrem letzten Start. Nach dem Austausch der drei auffälligen pyrotechnischen Übertragungsleitungen, die auf der allerletzten Ariane 5 gefunden wurden, soll der Start jetzt diesen Dienstag, den 4. Juli, stattfinden. An Bord der deutsche Heinrich-Herz-Athlet für das DLR und Syracuse 4B für das französische Militär. Ja, ULA wollte die Falcon 2019 starten. Die Ariane 6 sollte 2020 starten. Im Old Space-Vergleich liegt man in Europa also gar nicht so weit daneben. Die ESA hat die Woche Bilder von Tests der Startinfrastruktur für die Ariane 6 veröffentlicht. Die Rakete, die zu sehen ist, die ist nur ein Dummy und wird nicht ins All fliegen. Aber auch diese Tests sind für das Programm natürlich wichtig. Ariane 6 zu spät, aber Europas Sorgenkind bleibt weiterhin die Vega. Nach insgesamt drei Fehlschlägen, der letzte mit einer Vega C, ist die Vega C aktuell nicht einsatzbereit und wird das wohl auch erst einmal bleiben. Bei einem statischen Feuertest des Sephiro 40 Triebwerks am 28. Juni kam es zu einer nicht näher spezifizierten Anomalie. Dadurch kam es zu einem Druckabfall im Feststofftriebwerk. Das Unternehmen Avio gab keine weiteren Details über die Art der Anomalie oder des Leistungsverlust bekannt. Der Test sollte eigentlich einen neuen ablativen Karben-Karben-Düsenhals-Einsatz testen. Genau dieses Bauteil hatte beim letzten Flug der Vega C versagt. Laut ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher wird der fehlgeschlagene Test Auswirkungen auf die Wiederaufnahme des Flugbetriebs für die Vega C haben. Der eigentlich auf die Vega C gebuchte ESA-Start des Erdbeobachtungssatelliten Earthcare wird nun auf eine Falcon 9 umgebucht. Viel Haue aus der Community bekommen ESA und Ariane Group aktuell dafür, dass sie das Thema Wiederverwendung jahrelang vernachlässigt oder kleingeredet haben. Nun werden endlich Fortschritte gemacht. Die ESA arbeitet zusammen mit der Ariane Group an der Entwicklung eines wiederverwendbaren Triebwerks namens Prometheus. Das Triebwerk soll zusammen mit einer wiederverwendbaren suborbitalen Raketenstufe namens Themis getestet werden, um Flug- und Landefähigkeiten dann zu überprüfen. Prometheus und Themis sollen gemeinsam technologische Bausteine für zukünftige europäische Träger. Raketen werden. Prometheus-Triebwerke verwenden flüssiges Sauerstoff und flüssiges Methan und verfügen über variable Schubkraft und mehrfache Zündfähigkeit, die ja für das Wiederlanden benötigt werden. Ein früher Teststand des Demonstrators Themis mit Prometheus-Triebwerk wurde nun erfolgreich gefeuert. Wann Themis zum ersten Mal abheben soll, das kann ich euch noch nicht sagen. Das spanische Raketen-Startup PLD Space hat seinen suborbitalen Testflug auf September verschoben. Die bisherigen Startversuche der Miura-1-Rakete mussten wiederholt wegen Wetters und technischer Probleme abgebrochen werden. Das Verschieben auf September hat laut PLD regulatorische Gründe, da die Waldbrandgefahr in Südspanien aktuell solche Tests verbietet. Dafür würde man Fortschritte bei der Orbitalrakete Miura-5 machen. Auch PLD verfügt nach ESA Aerospace und RFA über einen verbindlichen Vertrag mit der französischen Kness, um von Kourou in Französisch-Guyana zu starten. Hier unbezahlte Schleichwerbung für die Familie. Ihr seid zwar nicht die direkte Zielgruppe, aber ich könnte eure Hilfe als Vermittler gebrauchen. Meine Schwester Ellen Erdelt hat nämlich ihren ersten Roman geschrieben. Ich bin richtig fett stolz. Der ist am Donnerstag im renommierten Pieper Verlag im Hauptprogramm erschienen. Und nun ist meine Idee, dass ihr die Frauen in eurem Umfeld vielleicht für die romantische Komödie meiner Schwester begeistern könnt. Unter dem Titel Leih mir dein Herz für immer erzählt sie die Geschichte von Susanne und Micha, einem Hamburger wie ich. Aber die Story, die spielt nicht in Hamburg, sondern im hochsommerlichen und hochromantischen Heidelberg und hat auch Nachhaltigkeit zum Thema. Also nicht wiederverwendbare Raketen, aber vielleicht kennt ihr ja eine Leserin, die ihr mit dem Buch nachhaltig glücklich machen könnt. Für das Relaxen auf dem Balkon oder am Strand. Ja, in der Beschreibung, da findet ihr den Link zum Buch. Also am besten gleich bestellen oder fleißig den Link teilen. Vielen Dank. Die ESA hat einen öffentlichen Designwettbewerb für Raumanzüge veranstaltet und nun die Sieger bekannt gegeben. Der Wettbewerb, der legte dabei den Schwerpunkt auf die visuelle Identität und das Branding der ESA und weniger auf die technischen Details und stand jedem offen. Die Gewinner wurden ins Europäische Astronautenzentrum in Köln eingeladen. Herzlichen Glückwunsch. Und bevor jetzt die ersten Nörgler-Kommentare kommen, ja bei SpaceX hat man mit einem Kostümdesigner explizit Wert auf die Optik gelegt und dann versucht das funktional zu machen. Ich finde solche Outreach-Projekte super wichtig, um die Breitenwirkung der Raumfahrt zu erhöhen. Die erste menschliche Crew im Atemersprogramm, die steht ja schon fest. Nun hat ihr Orion-Raumschiff einen weiteren wichtigen Meilenstein absolviert und den Hitzeschild erhalten. Wenn das Raumschiff nach seiner Mission um den Mond zurück zur Erde zurückkehrt, wird es mit einer Geschwindigkeit von 40.000 km pro Stunde unterwegs sein und Außentemperaturen von 2.700 Grad Celsius ausgesetzt sein. Im Innern des Raumschiffs werden die Astronauten jedoch dank des Schildes und der Klimatisierung von Orion angenehme 21 Grad Celsius erleben. Als nächsten großen Meilenstein wird das Orion-Raumschiff im Sommer akustischen Tests unterzogen. Mit diesen Tests wird überprüft, ob das Besatzungsmodul den Vibrationen von Start, Flug und bei der Landung standhält. Sobald diese Tests abgeschlossen sind, wird Orion mit dem europäischen Service-Modul verbunden. Die dritte indische Mondmission Chandrayaan-3 soll am 13. Juli starten. Die robotische Sonde wird mehr als einen Monat unterwegs sein und, wenn alles gut geht, könnte dann am 23. August der Vikram-Länder auf dem Mond aufsetzen. Der Landeplatz wird derselbe sein wie bei der vorherigen Mission Chandrayaan-2, die aber 2019 als Einschlagskrater endete. Nicht so ganz gewollt. Sollte die Landung dieses Mal gelingen, wäre es die erste Landung in der Nähe des Südpols überhaupt. Und nach der Sowjetunion, den USA und China wäre Indien erst das vierte Land, dem überhaupt eine Landung gelingt. Diese Landestelle, du wirst es dir schon denken, wurde ausgewählt, da es hier mehrere Krater gibt, die ständig im Schatten liegen, was die Chancen auf die Untersuchung von Wassereis erhöht. Um danach aktiv suchen zu können, hat der Vikram-Länder einen kleinen Rover namens Pragian dabei. Und beim Thema Mond, da landet man aktuell ja automatisch bei Artemis. Ich hatte schon letzte Woche darüber berichtet, dass nun auch Indien die Artemis-Accords der NASA unterschrieben hat, denen beigetreten ist. Aber nicht nur das, man plant nun eine gemeinsame Mission zur ISS für 2024. Das ist seitens der USA definitiv ein Bekenntnis für die indische Raumfahrt. Der chinesischen Raumfahrt verwehrt man den Zugang zur ISS ja bis heute. Die NASA soll in einem ersten Schritt einen indischen Astronauten am Johnson Space Center schulen. Ein Flug zur ISS dürfte dann über einen privaten Anbieter erfolgen. Außerdem entwickelt Indien ja sein eigenes Crewraumschiff Gagangya an. Der erste Testflug mit einem Menschen an Bord wird jedoch sehr wahrscheinlich nicht vor 2025 stattfinden. Da ist ein durch die NASA vermittelter Crew Dragon Flug vorher zur ISS für die indische Raumfahrt bestimmt sehr attraktiv. Meine Episode über die sehr spannende indische Raumfahrt, die verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Nachdem der schwedische Reserve Astronaut Markus Wand dank zusätzlichem Geld aus Schweden zum Projekt Astronauten wurde und mit der kommenden Axiom 3 Mission für ca. 10 Tage zur ISS fliegen wird, hat nun auch Polen das Geld locker gemacht, damit ihr Reserve Astronaut ins All darf. Schawasz Usnazki, entschuldigt wie immer meine Aussprache, der genauso wie Markus Wand zur ESA Astronautenklasse von 2022 gehört, kann nun ebenfalls via Axiom für 10 Tage zur ISS fliegen. Für diese Beförderung hat Polen zusätzlich 290 Millionen Euro an die ESA bezahlt. Ganz interessant vielleicht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen ESA-Karriereastronaut, ESA-Projektastronaut oder ESA-Reserveastronaut? Projektastronauten bekommen anders als ihre Kollegen die Karriereastronauten nämlich nur einen zeitlich befristeten Arbeitsvertrag von der ESA. Der deckt dann die Zeit für das Training, den Flug und eine gewisse Nachbearbeitungszeit nach dem Flug ab. Projektastronauten erhalten dann auch nur ein abgespecktes Astronautentraining. Da in ihren kurzen Missionen keine Außenbordeinsätze vorgesehen ist, kann dieses sehr zeitintensive Training zum Beispiel entfallen. Ebenso benötigen Projektastronauten für ihren zehntägigen Aufenthalt weder Sprachkenntnis in Russisch noch eine Unterweisung in den Systemen der russischen Segmente, der ISS. Auch wird das Training im US-europäisch-japanischen Teil der Station auf die Systeme beschränkt werden, welche in den 10 Tagen dann wirklich nur genutzt werden. Somit können ESA-Projektastronauten innerhalb von 10 Monaten auf einen zehntägigen Raumflug vorbereitet werden. Karriereastronauten hingegen haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei der ESA und bekommen das volle Training, quasi die volle Dröhnung. Inklusive Russisch, Außenbordeinsätze und so weiter. Das übrigens 13 Monate dauert. Danach sind diese voll befähigt, Langzeitmissionen von sechs Monaten oder länger für die ESA zu absolvieren. Reserveastronauten wurden zwar von der ESA als fähig zum Astronauten befunden, haben jedoch keinen Arbeitsvertrag mit der ESA, bleiben also in ihrem bisherigen Job. Können jedoch jederzeit von der ESA zum Karriereastronauten oder Projektastronauten ernannt werden, so wie das nötige Kleingeld dafür da ist. Kommen wir zum Starship. Er hat sich ja angekündigt, der statische Feuertest des nächsten Starships. Diese Woche war es dann endlich soweit. Am Mittwoch, den 27. Juni, feuerte Starship 25 seine sechs Raptor-Triebwerke. Laut Elon Musk ein wichtiger Meilenstein und wichtiger Auftakt für den Weg zum Mars. Wenn man genau hinsieht, kann man auch feststellen, dass das Hitzeschild den Test annähernd unbeschadet überstanden hat. Klar, ein Raketenstart ist nochmal etwas anderes, aber wir haben in der Vergangenheit auch bei den statischen Feuertests Chips gesehen, die ihre Hitzeschutzkacheln verloren haben. Große Neuigkeiten zum Starship gab es allerdings in einem Elon Musk-Interview. In diesem spontanen Twitter-Interview mit Ashley Vance sprach Elon Musk unter anderem über das Geschäftsmodell von Starlink und über signifikante Änderungen am Starship-Design. Das Interview war von technischen Problemen geplagt, dennoch wurden viele Informationen enthüllt. Musk sprach über die Kostenersparnis durch die Verkennung, das Starlink-Netzwerk, das Kessler-Syndrom, die Konkurrenz und schließlich das Starship. Er erwähnte über tausend Änderungen am Starship-Design und enthüllte das Konzept des Hot-Stagings für die Trennung der Starship-Oberstufe vom Super-Heavy-Booster. Das heißt, die Oberstufenraptoren werden bereits gezündet, während das Starship noch am Booster ist. Und der Booster gleichzeitig mit drei Triebwerken weiter Schub erzeugt. Heißes Konzept. Meine Zusammenfassung des gesamten Interviews verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Weiter sprach Elon Musk über die Bodeninfrastruktur und die Verbesserungen, die vorgenommen wurden, um das heiße Abgas des Super-Heavy-Boosters beim Start zu bewältigen. Neben dem Mega-Stahl-Sandwich soll auch das Schubgewichtsverhältnis des Boosters jetzt erhöht werden, um schneller vom Pad wegzukommen, was dann die Startanlagen schont. Es kursierten ja bereits Bilder im Internet, wie so ein Mega-Stahl-Sandwich aussehen könnte. Jetzt haben die Y-Cams von Chief Teilsegmente dieser wasserdurchströmten Kühlplatte in einem der Zelte entdeckt. Neben der regenerativen Kühlung durch das Wasser beschreibt Elon Musk die Apparatur als riesen Duschkopf, der Öffnung auf der Oberseite hat, um durch die Verdunstung des ausströmenden Wassers zusätzlich Hitze abzuführen. Ja, um die Fundamente des Pads zu verstärken, werden laut Elon Musk 1000 Kubikmeter Beton verwendet. Insgesamt hätten sie vermutlich jetzt etwas übertrieben, aber dafür werde es das Problem mit dem wegorodierten Startplatz nicht mehr geben. Ob der nächste Flug in etwa sechs Wochen stattfinden könnte, so lange würden sie laut Elon Musk für Booster, Pad und Starship benötigen, darf dann doch eher bezweifelt werden. Die wesentlichen Fragen wie Starterlaubnis und Requalifizierung des Startabbruchsystems entscheidet ja nicht SpaceX. Definitiv näher dran als der Start des nächsten Starships, genau, sind die Starts der kommenden Woche. Am Dienstagabend dann voraussichtlich der allerletzte Ariane 5 Start. Da muss ich natürlich einen Livestream machen. Und dann am Donnerstag ein SpaceX-Felker-Nine-Start mit Starlink-Internet-Sathleten, gestartet von der Westküste, also von Wendeburg, von der Space for Space. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen, wenn ja, den Like nicht vergessen. Und genau mit dem Abo hier hast du einen Platz in der ersten Reihe für alles, was uns in der Raumfahrt noch erwartet. Denn die Zukunft der Raumfahrt, die wird unglaublich. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.